Da hinten ist ein Reben. Ich hoffe, dass mein Ton einigermaßen gut ist. Ich habe hier den Windpuschel verloren, weil ich mir jetzt noch was gebastelt. Verlieren tue ich das Wesen nicht. Aber ob das jetzt so gut ist, naja, werden wir hören, wie die Aufnahmen sind. Ich habe auch keine Lust mehr einen neuen Puschel zu kaufen. Gut, ich gehe jetzt noch ein Stück hoch. Oh, da fliegt ein Fasan. Gänse sind unterwegs, Kranerchen sind unterwegs und ich hoffe, dass ich gleich gute Aufnahmen machen kann. Oh, da hinten eine ganze Gruppe. Da vorne. Da ist die Wand. Wenn ihr Glück habt, auch mal Eisvögel zu sehen. Da haben wir extra dafür errichtet. Aber ich habe hier noch keinen gesehen. Wieso, die ist ja auch nicht so. So, hier können wir noch mal einen Überblick. Ja, ich versuche jetzt ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Und seht ihr am Hintergrund, die Sonne geht auf schon. Leider nicht so ein schöner Sonnenaufgang wie sonst. Die Linse ist schmutzig. Und, ja. Kranich gehört man Gänse. Ich habe trotzdem gefilmt und mal den Ton getestet. Ich zeige das mal. Hier habe ich den Soundrecorder drin. Ist aber auch noch keine Top-Lösung. Also werde ich mir wahrscheinlich doch so eine Tasche holen. Weil die kann man dann hier besser anhängen. So ist das doch ein bisschen gefummelt. Ich hoffe mal, dass der Ton einigermaßen gut ist. Wie gesagt, ich habe mir so einen Puschel zusammengebaut. Und hoffe mal, dass jetzt der Ton ein bisschen besser ist. Viel ist heute irgendwie nicht los hier. Gestern war auch schon ein wenig los. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Aber wie ich das erste Mal hier war, da war richtig was los. Aber ich habe schöne Schachbrettblumen fotografieren können. Werde ich euch aber alles in dem Video zeigen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Die Hasen, die ihr im Video seht, das werde ich aber alles noch einblenden. Die waren so zwischen 230 und 250 Meter entfernt. Ich habe alles aufgenommen. Auch hier mit dem TM14, mit dem Telekonverter, mit dem 1,4er. Und dann ab und zu mal auch den internen 1,25er zugeschaltet. Nämlich 1400 Millimeter ab. Den 2er habe ich diesmal nicht benutzt. Weil wenn ich morgens oder abends hier bin, dann wollte ich auch nicht. Dann geht die Lichtstärke ja so verloren. Und so bin ich jetzt mit Maximum, ich glaube Blende 8 unterwegs. Oder 7,2. Das ist auch okay. Das war ganz so. Das war einfach. Dort tat. Vielen Dank. Erst mit Chr Mann. Red passe ein Glück. Wir tremen goo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Amen. 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 So, und jetzt noch mal zu dem System. Also für mich muss ich sagen, war das absolut, also wirklich absolut die richtige Entscheidung, dass ich zu MFT gewechselt bin. Ich kenne natürlich, wie gesagt, alle, oder wir alle kennen ja die Nachteile vom MFT-Sensor gegenüber im Vollformat. Das finde ich aber zahlt sich so aus, dass man mit so einem kompakten System unterwegs ist. Ich habe ja eigentlich nur noch die Linse dabei. Ich habe ja auch nur noch eine andere, also eine D60er Makro. Das benutze ich überhaupt nicht mehr. Wie gesagt, diese Linse gibt mir ja alles, dieses Objektiv. Weil ich kann damit Nahaufnahmen machen. Ich kann weiter Aufnahmen machen. Deswegen, das lohnt sich auch. Deswegen habe ich ja auch damals das 300er weggegeben. Das war eine tolle Linse, ein tolles Objektiv. Auch klein, leicht, kompakt. Sehr gute Bildqualität. Also tun sich die beiden ja nichts. Aber mir fehlt halt der Zoom. Und das finde ich zahlt sich für mich wirklich aus. Und natürlich habe ich hier noch ein bisschen mehr Brennweite. Bis 2000 mm, das ist schon eine Hausnummer. Und das ganze Objektiv ist einfach so schön. Ja und die EM1X, muss ich sagen, ist auch genau die richtige Kamera für mich. Es war gut, dass ich damals die 3er weggegeben habe. Und mir praktisch die geholt habe. Die passt besser zum System einfach. Aber ich fasse die gerne an. Die liegt sehr gut in der Hand. Und ja, kann ich nicht sagen. Also das ist ein sehr gutes System. Natürlich hat das. Als nächstes weiß ich noch nicht, wo ich hin will. Aber irgendein anderes Ziel würde ich mir jetzt nochmal aussuchen. Ich war jetzt hier dreimal. Und das erste Mal war am besten. Aber naja. Es ist schön ruhig hier. Jetzt kommt die Sonne. Die ganze Zeit habe ich drauf gewartet. Ja gut, jetzt ist jetzt weit oben. Einen Sonnenuntergang oder überhaupt schöne Sonnenstrahlen zu kriegen war nix. Alles bewölkt und jetzt kommt sie. Na ja gut. So ist das heute. So jetzt geht es hier noch über die Brücke und dann zum Auto. Und ja, dann wünsche ich euch auch alles Gute. Schönen Tag. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Video. Würde mich freuen. Und ja, habt alle viel Spaß. Egal was ihr macht. Okay. Ciao. So. 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 Vielen Dank.